Ich mache jetzt übrigens eine Ansage, so quasi in jetzt, so wenn es gleich losgeht. Hallihallo und herzlich willkommen bei Trials Evolution. Wir sind Rennfahrer. Das ist vollkommen richtig. Warum haben wir jetzt nicht gestartet? Was ist da für eine Stimme? Was ist das für eine Stimme? Es ist der Fred. Genau. Und der Knasti. Ja, und irgendwie ist Schrammo auch da. Irgendwie. Richtig. Wir haben uns dazu entschlossen. Zweifach failen reicht nicht. Dreifach muss es sein. Genau. Also, weiß ich nicht. Ich habe einfach das Spiel gestartet. Habe einfach auf Verbinden geklickt und da waren auf einmal Basti und Schrammo. Einfach ohne mein Zuntun. Ohne Probleme und so was. Direkt einfach. Wow. Ja, ey, wenn ihr wüsstet, ey, was wir hier gerade für eine Stunde lang gebraucht haben, um in dieses Rennen zu kommen. Aber das muss ja keiner wissen. Wer ist denn erster? Warum ist Schrammo denn so gut? Hallo, ich war einfach nur das Erste am Ziel. Das heißt doch nicht, dass ich gut bin. Naja. Was? Schrammo war so der Erste? Du hast nicht mal zurückgesetzt. Er hat nicht mal zurückgesetzt. Ja, warum denn auch? Das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen da... Ich habe ja auch ein fünftiges Motorrad genommen. Die Entscheidung revidieren. Ja, wir nehmen die Frau, wo du bist, raus. Tschüss. User has left the channel. Was ist denn? Ich fail hier mit diesem Moped. Ich habe aus Versehen die Phoenix Evo genommen, die ein bisschen schneller ist. Nein! Doch! Nein, nicht schon wieder. Fred ist übers Handy drin, deswegen ruckelt er teilweise im Spiel so, damit sich die Menschen nicht wundern. Genau, anders geht es nicht. Aber du siehst trotzdem gut aus. Naja. Na doch, ich jetzt nicht mehr. Bin ich vorne? Ich bin vorne. Ja, ich mache gerade Dinge, die ihr gerade gemacht habt. Ist er wieder rückwärts gefahren? Ja. Das kann ich auch. Warum tust du das? Ja, weil ich es kann. Ja, aber nein, 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 nein. Ja. Ja. Das war schön. Er flog an mir vorbei. Das war schön gemacht. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, da habe ich mir meine... Schramo führt aber trotzdem noch. Ja, noch. Das kriegen wir jetzt hin. Jetzt nehme ich auch ein anderes Moped. Murmeltier beginnt. Hatten wir die Strecke schon? Die hatten wir noch nie, oder? Ich weiß es nicht. Schramo hat jetzt ein Trecken ausgesucht, deswegen das Schramo-Strecken. Ausgesucht, okay. Es kommt mir neu vor. Ja, ja. Ah, ja. Wir haben voll konzentriert sind, schön. Keiner kann was sagen, drei Leute, niemand. Oh Gott, da ist ein Ding. Bist du da durch, das kommt so schnell. Ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Ich hab den Kopf zum richtigen Zeitpunkt eingezogen. Ich bin hinter euch. Nein, nein. Du bist Zweiter. Oh nein, ich bin Dritter geworden. Schön. Okay, gut. Schramo, ich krieg dich. Ja, sicherlich. Übrigens, Leute, wenn ihr Bock habt, hier Strecken zu bauen für uns, dann könnt ihr das gerne machen. Und dann könnt ihr diese Strecken einreichen. 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 Oh, die sind mal verkackt, richtig. Nein, nein. Weil ich so viel rede. Ihr könnt die Strecken einreichen. Und zwar unter dem Link, der unter jedem Video von jetzt an steht. Das ist so ein Dokument, so ein Formular. Müsst ihr einfach ausfüllen. Dann ist alles gut. Ich komm, ich schaff. Du kommst, du schaffst. Nein. Das geht so nicht. Ich schaffst du nicht. Ich schaffst du nicht. Alternativ kann man natürlich auch versuchen, das ganze Film per Lufttaube zu machen, also per Brieftaube. Mhm. Ich bin Letzter. Aber wir haben beide 26. Also eigentlich bist du auch Zweiter. Gut. 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 Glück gehabt. Was ist das jetzt für eine Strecke? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Ist die einfach? Ja, die kenne ich. Die kenne ich. Die kennt ihr auch. Ist das so? Ja, ja. Ich kenne keine Strecke. Ich kann mich an die Sandkörner hier nicht entsinnen. Bei mir ist das so, ich vergesse ja immer alles direkt nachdem ich es gemacht habe oder gesehen habe oder gehört habe, dann vergesse ich sie immer. Das ist das erste, was mein Gehirn mit Dingen macht. Vergessen. Ja. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So. Also nur deshalb halte ich sie überhaupt aus auf dieser Welt. Mit all den Menschen. Mit all den Menschen. Mit so Leuten. Mit Menschen. Wie bitte? Entschuldigung. Ich war gerade konzentriert. Ich bin gerade auch. Nein. Nein. Verdammt. Nein. Ich habe dich gesehen, Schramo. Ich hatte schon Angst. Ja, zu Recht. Aber dann sind Dinge geschehen und jetzt bin ich hinten dran. Oh. Nein. Nein. Das darf doch nicht sein. Basti, du musst vor Schramo reinkommen. Ich bin vor dem Ziel mal wieder umgekippt, ey. Aber es ist schön nah beieinander hier. Ja, es ist echt kuschelig. Es ist kuschelig. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Vielleicht sollte ich wieder weggehen. Schramo, du bist unser Triebmittel. Ja. Nein. Ich habe direkt verkackt. Oh Gott. Du bist unsere Trials-Hefe. Ich habe direkt verkackt. Ich habe direkt verkackt. Ja, aber ich habe direkt. Wow. Du bist unser Kackpulver. Backpulver. Entschuldigung. Kackpulver? Ach zur Hölle. Kackpulver? Backpulver meinte ich. in meinen Trockenverein. Oha. Nein. Nein. Dann bin ich wenigstens cool. Die Sahne auf meiner Torte. Was? Das ist alles, was Schramo ist. Mehr kommt da nicht mehr dazu. Ja, ich kann nicht. Ach, du bist hinter mir. Ich bin richtig weit weg, ja. Oh, das ist gut. Ich dachte, ich habe Glück gehabt. Ja, aber Basti, du musst doch vor Schramo ins Ziel kommen. Ja, ich... Nein. Das funktioniert gerade einfach irgendwie nicht. Ich kriege es einfach nicht vernünftig gemacht. Ich habe aber auch ver... Nein, nein. Oh, oh. Ach. Nicht schon wieder, Alter. Das ist mir auch gerade passiert. Aber ich habe mich gerade noch so rumdrehen können. Das ist mir beim letzten Mal auch schon passiert. Fuck, ey. Eieieiei. Aber hier. Wenigstens einen Punkt wieder aufgeholt auf Schramo, ne? Stimmt. 47, 46, 42. Verdammt, ey. Da komme ich glaube ich nicht mehr ran, oder? Ja. Oh. Jetzt nehme ich die Phönix. Das ist eine schwere. Da braucht man bestimmt die Phönix. Ganz sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich bleibe bei meiner... Wie heißt das Ding eigentlich? Skorpion. Skorpion. Silberfisch. Nenne ich sie jetzt einfach. Silberfisch. Solltest du mal saugen, wenn du Silberfische hast. Oh, stimmt. Oh. Oh. Oh, oh. Ne, ne, ne. Durch geschicktes Fahren bin ich vorne. Ich fahr wieder rückwärts. Ich fahr wieder rückwärts. Ich fahr wieder rückwärts. Jetzt bin ich im Wasser. Äh. Da bringt die Luft. Oh, was mach ich denn hier? Was mach ich denn? Ich tu Dinge. Aber wieso? Na. Ich weiß auch nicht. Nein. Komm, komm, komm. Ja, ja. Ich kann doch nicht sein. Was tu ich denn hier? Ich muss hier nicht hochkommen. Ich muss hier... Ich komm hier nicht hoch. Ich schaff das nicht. Ich komm den Berg nicht hoch. Was? Wirklich? Nein. Ich komm nicht hoch. Ich schaff das nicht. Nein. Oh, ey. Was ist denn hier los? Ich komm hier gerade so gut durch die Strecke. Das ist krass. Ja, ich komm so gut den Berg hoch und wieder runter. Aber nicht rüber. Oh. Oh, Stein. Ne. Ganz vorsichtig jetzt. Egal. Oh. Ich mache Dinge, ey, von denen ich nie gedacht hätte, dass die gehen. Dass du da zu fähig bist, Alter. Das recht nicht von mir, ja. Wie? Was? Wie? Ich mache gerade Liebe mit dem Berg. Oh. Ich bin über den Stein. Ich bin über den Stein. Oh, da war das Ziel. Oh, da war das Ziel. Ja. Nein. Was ist denn jetzt vorbei? Nein, 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 nein. Fred, du bist schon durch? Ja. Fuck, ey. Vielleicht war die doch keine gute Idee, das Motorrad. Ja, 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 ja. Ich glaube aber, dass ich es ein zweites Mal nicht schaffe. Okay. Wem folge ich denn da? Ach, der Knasti. Kann ich das irgendwie ändern? Weiß ich nicht. Ich blieb gerade auf den Balken. Plopp. Kann nicht sein, dass Fred am Ende jetzt doch noch wieder gewinnt. Ich dachte, ich kann deine Herrschaft beenden mal. Welche Herrschaft? Du hast bis jetzt, glaube ich, alle Rennen gewonnen. Insgesamt hast du immer gewonnen. Ne, also die letzten Aufnahmen warst du, glaube ich, immer vorne. Ja? Ja? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe immer zum Schluss noch verkackt. Oh, Schrammo hat es raus, ey. Mist. Der hat es genauso gemacht wie ich. Nein! Ja? Nein! Nein, nein, nein. Motorrad, was machst du denn? Was machst dein Motorrad denn? Oh, ich fahr mal aufm Vorderrad. Nein! Das sah witzig aus. Das war sehr witzig. Sprung, ich bin direkt hinter Schrammel. Jetzt bin ich im Rennen. Jetzt bin ich direkt hinter Resty. Nein, wir haben wenigstens den Checkpoint gecheckt. Oh, da brennt's. Hier brennt's ja. Gerade bin ich aber schlechter als vorhin. Oh, komm, komm schon. Jawoll. Nein, 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 nein. Oh, was ist das denn hier? Wir sind alle hier? Scheiße, ich komm nicht hoch. Nein, ich bin zu blöd. Das kann nicht sein. Ja, komm. Jawoll. Fahr, du Arsch. Nein, ich tu Dinge. Warum denn so? Ja, ich bin im Ziel. Ich nicht. Ich komm hier nicht hoch. Du musst da abspringen, sonst landest du in dem Müllbehälter. Ich glaub es nicht. Du kannst abspringen. Du kannst direkt ins Ziel springen, Basti. Hauptsache Schrammel kriegt keine Punkte. Ich hab mich geköpft gerade, glaub ich. Nein. Hauptsache Schrammel kriegt keine Punkte. Du wärst doch sowieso Erster gewesen. Ja, ne, wenn... Ja, stimmt. Aber ich bin Zweiter. Gut, dass Schrammel keine Punkte bekommen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, war das lang genug? 3 Minuten, 11 Minuten jetzt. 11 Minuten? Ja. Wählen wir noch irgendeine, oder mach mal Zufall und dann schmeißen wir alle raus bis auf eine, oder? Machen wir noch eine. Ja. Wie schmeißt du denn eine raus? Auf die Map draufklicken und dann oben rechts das kleine Kreuzchen. Warte. Ja. Go, go. Nur ein Lauf, ne? Aber ist egal. Achso. Ja, ja, ja. Wir fahren halt langsam. Lass uns am Ziel, am Anfang erstmal ein bisschen warten aufeinander. Am Anfang zu aufeinander warten? Du meinst, wo wir nebeneinander stehen, auf uns warten? Ja, genau. Da warten wir jetzt. Okay. Wirklich jetzt? Ja, klar. Natürlich warten wir. Er schummelt. Er schummelt, er sagt das Schummelt. Ich schummelt nicht. Ich schon. Ich hab am wenigsten geschummelt. Nein. Irgendwie muss man den Fred doch mal vom Tod stürzen. Was für ein Thron? Ich bin überhaupt gar nicht auf dem Thron. Natürlich. Getrohnter geht's ja gar nicht. Äh. Nein. Aber ich kann meinen Vorsprung auch nicht ausbauen, ne? Wenn ich jetzt einmal mich hin haue, dann... Achso. Oh Gott. Scheiße. Oh nein. Puh. Oh Gott. Aber, ich musste mich zweimal zurücksetzen, Basti gar nicht. Ich würde auch einfach mal sagen, dass diese Runde jetzt auch insgesamt gilt. Also, das war jetzt hier, das war jetzt alles oder nichts. Ja, richtig. Ist klar, ne? Für mich ändert sich ja nichts. Ich bin damit einverstanden. Ich nicht. Nee, insgesamt hast du trotzdem noch mal mehr Punkte, Fred. Ja, aber es war ja schön, ne? Also, Schramo, du scheinst uns tatsächlich ein bisschen Skill zu verleihen. Ich weiß nicht, woher der kommt, aber irgendwie... Vielleicht sehen wir einfach Frau Schramo nicht mehr so schlecht aus. Ich wollte gerade sagen, er sieht einfach nur besser aus. Kann auch sein, ja. Deswegen geht man ja auch immer mit Schramo in die Disco, wenn man Frauen ansprechen will. Hey, ich bin nicht die dicke Freundin. Nein, wir haben alle Schramo ganz doll lieb und der fährt super Moped. Wirklich richtig, richtig gut. Ich hatte mal einen Mofa. Ja, ich nicht, siehste? Ich auch nicht. Daran liegt es wahrscheinlich, dass der Mann letzter wurde. Bist du auch immer so über, weiß nicht, was weiß ich, in 200 Metern Höhe über Holzplanken gefahren? Ich bin unter durchgefahren. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir betonen jetzt noch einmal, wenn ihr uns Strecken bauen möchtet, dann füllt einfach das Formular aus, was ihr in der Videobeschreibung findet. In der Beschreibung. Und wenn ihr uns keine Strecken bauen wollt, dann macht's trotzdem. Los, jetzt. Bitte nicht, werden wir zugespampt. Ach, Quatsch. Das passiert nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben ja nur liebe Menschen als Abonnenten. Ja. Ja. Ähm, ja? Ja, alles gut, alles gut. Ich hab nur aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Ist das der Punkt, wo man Tschüss sagt? Ja, ich glaube ja, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, den haben wir schon verpasst. Also, tschüss. 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 Tschüss.